Ah, was war sie gestern? Zwei. Zwei? Ein Stengel. Stengel hat 2-0 gehabt. Das war die erste Woche mit einer langsamen Zeit. Das war schade. Das Stengel hat nicht mehr zu sehen. Ja, das war schade. Es ist so schön. Stengel ist schon wieder raus. Es ist gestern fast. Hat sie ein paar Mal so ohne Training ist sie einfach nicht mitgegangen. Aber es ist ein Problem. Sie ist ein bisschen später gekommen. Ah, ok. Ich kann nicht die Kira links liegen lassen, wenn sie nicht da ist. Jetzt haben wir auch mit ihrer Jacke und dann ist sie vorbei bei den Kira. Dann hat sie Lust auf Marion wieder mit mir. Warum muss ich sie lieber links liegen lassen, wenn Marion da ist? Wie gestern. Gestern habe ich nur mit einer zwei Hüte. Die hat den Salat und sie hat ihn schon angeschaut. Ich denke, wenn ich sie jetzt mitnehme, dann tut sie bei Marion wieder blöd.